hallo und herzlich willkommen heute zu diesem video über die einrichtung verschiedener screens in obs bzw in jedem beliebigen streaming tool was auch immer ihr benutzt aber diese arten von screens solltet ihr auf jeden fall beim streamen haben denn sonst verkackt wir starten mal direkt rein nach einem kurzen ja wie hier in dem ersten screen schon sehen könnt das ist so mein stream startet gleich das ist noch das alte da wird noch demnächst was neues kommen dann mache ich dazu auch extra ein video aber was habe ich hier gemacht hier habe ich gemacht und zwar mein aquarium kann man da sehen das ist immer ganz interessant für meine für meine zuschauer jetzt in dem fall denn die fische gehören halt auch zum streamen dazu ja so ein videos alte clip geschichte ich habe ja schon video zu clips und co gemacht denn hier passt es wunderbar rein das versuchst du euren zuschauern die ersten fünf minuten vielleicht neuen zuschauern die noch keine vorstellung von euch haben sehen mal ein paar lustige szenen weil wie wir ja wissen es kann ja nicht immer alles lustig sein denn im stream da gibt es dann auch schon mal ein bisschen wo es dann ja mal hakelt oder man nicht so ultra witzig ist ja dann schaut dass ihr euch ein intro bastelt das läuft jetzt hier durch wenn ihr schon so in transition seht ihr auch jedes mal ja da steht aquarium momentan das sieht jetzt nicht so aus wie es original ausschaut normalerweise ist eine green screen hier aber auch dieser zwischen screen der hat verschiedene elemente und zwar einmal über mir kann ich ein bild platzieren da läuft ein chat lang mit der green screen verschwindet verschwindet das an der seite hier hoch also das gibt ja schon mal einen dezenten aber feinen unterschied und ihr könnt auch ein spiel mit einbinden hier an da wo aquarium jetzt steht das solltet ihr auf jeden fall mit haben so eine art zwischen screen intermission screen nennt sich das halt auch kann man kann man mitnehmen ein live screen ist ja auch logisch irgendwo letztendlich ich selber bin von den von den dieser vielen darstellung verschiedener elemente bin ich relativ abgekommen deswegen schaut dass ihr euch da nicht zu überladen alles reinpackt momentan ist so eher der trend das weniger ist mehr das heißt dass ihr als bild zu sehen seid ich verschwinde links rechts um mich herum ist nachher dann gar nichts also das sieht man das spiel dann und das kann ich euch auch nur empfehlen also ein live bildschirm möglichst wenig input die leute wollen ja das spiel sehen und euch hören als streamer nehmt das auf jeden fall mit was braucht man noch ihr braucht zu 100 prozent auch ein end screen wo dann der chat durchläuft vielleicht mal ein twitter dings steht facebook seite habe ich auch noch ich bedanke mich immer gerne fürs zuschauen deswegen steht es da auch mit drin kann ich nur empfehlen ein aquarium live screen haben wir auch das ist mein aquarium live screen das habe ich hier so eine kamera die kann ich natürlich ein bisschen bewegen die kann ich auch jedes mal immer wieder mal anpassen dann sieht man auch ein bisschen mehr ein bisschen weniger von dem aquarium ihr seht da hinten wackelt das schon und hier habe ich jetzt zum beispiel auch da oben elemente und dahinten elemente da oben ein stream boss das donation goal das aktuelle und die zuschauer die gefollowt haben solche dinge diese screens die sind kombiniert mit anderen sachen natürlich mit auch teilweise alles kommen dann natürlich dann hervor die sind ganz ganz wichtig also ihr braucht auf jeden fall ein follow alert ihr braucht ein donation alert ein subscriber alert und ein raid host alert vielleicht auch noch ein bit alert also da sind wir dann auch schon bei fünf alerts schaut dass ihr wirklich einen stream startet screen habt eine transition für den wechsel der jeweiligen szenen dann solltet ihr ein live screen haben ein intermission screen ein pause screen und auch ein end screen ja ich habe auch noch ein pause screen eine pause screen ist natürlich auch wichtig denn da steht jetzt aquarium normalerweise sieht man da mein aquarium das war mal so angedacht als platzhalter aber da die source oben drüber liegt habe ich das nie weg gemacht nichts desto trotz kann ich nur empfehlen also das ist jetzt selber alles zusammengebaut aus einfachen mitteln es gibt natürlich auch profi dinger ihr könnt euch eins machen lassen das ist bei mir momentan gerade der fall da kriege ich nämlich ein explizit auf mich zugeschneidertes auf meinen kanal zugeschneidertes overlay und ich freue mich schon riesig drauf ja ein die screens ganz 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 wichtig schaut dass ihr die euch für euch sinnig hinbaut dass die thematisch gleich sind dass sie euer logo enthalten dass sie stream elemente enthalten könnt ihr bilder mit reinpacken ihr könnt den chat darüber laufen lassen ihr könnt das spiel noch nebenbei laufen lassen aquarium katze hund wellensittich falls wer hat schlange spinne ist vielleicht nicht die beste idee das könnte den einen oder anderen verschrecken aber schaut dass ihr das ein bisschen mit leben füllt und gerade als stream anfänger würde ich auch eher davon abraten das animiert zu machen wenn animiert dann nur ganz dezent animiert nicht dass ihr das komplett überladen habt weil das ist das ist dann das ist dann nicht so schön so wenn ihr das video gefallen hat dann hätte den subscribe button lassen follow da like wie das bei youtube immer so schön heißt das natürlich auch gerne einen kommentar reinschreiben würde ich mich sehr sehr darüber freuen kann ich auch sehen ob dir das video gefallen hat wenn du vorschläge hast für diese behind the streams videoserie dann knüppel einfach mal was in den kommentaren rein danke für das anschauen des videos wir sehen uns dienstags donnerstag samstag auf twitch ab 20 uhr ist der weser dad am start und zockt für dich ja was gerade halt so anliegt wir sehen uns danke fürs zuschauen